Hallo und herzlich willkommen zum Review des Sets 7900 aus dem Jahre 2006, dem Schwerlasttransporter aus der LEGO City Reihe mit 347 Einzelteilen. Das Set, was ich hier habe, hat ein paar Teile weniger, denn ich habe das gebraucht gekauft und da haben ein paar Teile gefehlt, aber nichts, was den Spielwert hier irgendwie verringern würde, also nichts Dramatisches. Und zum Originalpreis muss ich sagen, da war ich sehr überrascht, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das in 2006 diesen Preis gehabt hätte, also schreib mal jetzt in die Kommentare, drück jetzt auf Pause und schreib in die Kommentare, was du meinst, wie viel das Set damals gekostet hat, würde mich mal interessieren, was du da glaubst, was sie damals für verlangt haben. Und wenn du das gemacht hast, dann würde ich sagen, lösen wir das Ganze auf. Das Set hat nicht einmal 25 Euro gekostet damals, das hat 24,99 Euro gekostet, was wie ich finde recht günstig ist, erstmal dafür, für das, was man hier sieht an Größe. Das ist ein unglaublich großes Set, was wir hier haben. Also es ist ein Fahrzeug, was 8 Noppen breit ist. Wir können uns auch nochmal den Karton erst einmal anschauen, der ist bei mir leider doch deutlich lädiert. Ich bin froh, dass ich ihn überhaupt dabei habe. Das ist bei solch alten Sets nicht gerade gewöhnlich, dass man den dann noch mitbekommt. Aber ich finde ansonsten, wie gesagt, es ist kein Karton, der irgendeinen Wert jetzt noch hat, aber mir genügt das und ich sehe das da nicht so eng. Und ich sammle diese Kartons auch jetzt nicht irgendwie mit der Intention, sie irgendwann mal für Tollgeld zu verkaufen. Mir ist eher wichtig, dass da irgendwie schöne Bilder noch mit drauf sind. Hier an der Seite haben wir also nochmal den Schwellertransporter, wie er anders aufgebaut ist, also wie er noch länger ist als jetzt. Da hat er dann eine Gesamtlänge von 86 Zentimetern. Das ist also schon, sage ich mal, sehr anspruchsvoll, wenn man damit jetzt durch Kurven fahren möchte, gerade wenn man da die normalen Lego-Straßenkurven für benutzen möchte. Also vorneweg, obwohl das hier ein Lego City Set ist, ist es meiner Meinung nach eigentlich nur bedingt ein Spielset. Also wenn man klar, wenn man jetzt nur das Fahrzeug hat, dann eignet es sich natürlich schon als Spielset. Aber wenn man jetzt auch ein paar Straßenplatten in der Stadt hat, wenn man ein paar Gebäude hat, dann ist das Ganze, dann kommt das Ganze schon an seine Grenzen. Und unter dem Aspekt kann ich schon verstehen, warum heute die Fahrzeuge in der Lego City Serie, gerade was so LKWs betrifft, doch oftmals gerne etwas kleiner ausfallen. Und hier auf der Rückseite bekommen wir nochmal ein paar andere schöne Bilder. Also hier erstmal natürlich, wie das alles aufgebaut wird, schön in einzelnen Bauabschnitten unterteilt, aufgeteilt, dass das schön übersichtlich ist. Und hier haben wir nochmal einen Überblick über die Baustellen-Sets, die es damals gab. Ich muss sagen, ich vermisse das ein wenig, dass es heutzutage eigentlich gar keinen richtigen Baustellen-Sets mehr im Lego City Programm gibt. Das hat irgendwie, finde ich, eigentlich dazu zu gehören zu so einer Lego City Reihe, denn das sind so klasse. Also ist für mich wie ein, auf einer Ebene mit Feuerwehr und Polizei, eigentlich gehört Baustelle da auch dazu. Also hier gab es ein paar recht schöne Sets, dieser große Kran da, der ist auch heute noch sehr, sehr begehrt. Da ist man gut dabei, wenn man den für 40 oder 50 Euro bekommt. Hier haben wir nochmal die beiden verschiedenen Transportweisen der Brücke. Also die lange und die kürzere und hier können wir sehen, wie man das Drehgestell, nennen wir es jetzt mal, also wie man den hinteren Teil des Transporters da arretieren kann oder eben auch nicht. Also dass man eben damit einfacher oder schwieriger durch die Kurven fahren kann. Also eben je nachdem, ob man es jetzt auch nur rumstehen hat oder ob man wirklich damit spielen will. Also es sind so kleine Funktionen, die einem hier nochmal Variabilität in der Spielweise beim Spielen geben. Und das ist schon mal ein Pluspunkt, muss ich auf jeden Fall sagen. Würde ich sagen, genug auf den Karton gestarrt und schauen wir uns jetzt mal das echte Set an. Und wie gesagt, dieses Set ist wirklich riesig. Also nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite. Und ich würde sagen, wir schauen uns zuerst einmal hier den Sattelschlepper an. Den kann man also ganz einfach so lösen von dem Brückenteil. Und da kann man sehen, drei Achsen und ein recht breites Fahrerhaus. Also wie gesagt, acht Noppen breit. Wenn man die Außenspiegel noch mitzählt, dann locker zehn Noppen breit. Und jetzt muss ich doch mal einen Vergleich heranziehen. Denn spätestens da merkt man, dass zwischen diesem Set und den neuen Straßenplatten wirklich einige Jahre, also 15 Jahre dazwischen liegen. Denn das hier ist die Breite der neuen Straßenplatten. Die sind ja 16 Noppen breit. Und wenn wir den jetzt da mal draufstellen, dann können wir schon sehen, dass er verdammt viel Platz einnimmt. Wenn wir jetzt noch ein anderes Fahrzeug dazunehmen, hier diesen Hidden Side Buggy habe ich gerade zur Hand, der auch nicht gerade schmal ist. Dann sieht man einfach, dass das von der Breite her überhaupt nicht funktioniert. Also von der Breite her hätte dieser Laster auf die alten LEGO City Straßenplatten, die noch auf richtigen Grundplatten waren, hätte der drauf gepasst. Die waren ja insgesamt 20 Noppen breit, also der Bereich für die Fahrstreifen war 20 Noppen breit. Da hätte das hier also wahrscheinlich gepasst, je nachdem, was man dann auch auf der anderen Straßen, auf der anderen Fahrspur für Fahrzeuge stehen hat. Aber das bekräftigt oder bestätigt eigentlich nur meine Ansicht, dass das hier kein Spielset für Straßenplatten jedenfalls ist. Es ist ein Spielset, aber es ist kein Spielset für Straßenplatten. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten. Nun aber weiter hier zum Set und ich finde, diese Aufkleber hier an der Seite sind wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Sie sind sehr schön aufgetragen, also da sieht man manchmal auch sehr, sehr grausame Taten, wie da manche Aufkleber aufgetragen wurden. Ist wirklich nicht schön anzuschauen, aber hier ist das wirklich sehr sauber gelöst worden. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr überrascht, ob der Qualität oder dem Zustand dieser Aufkleber. Denn gerade bei älteren Aufklebern gab es das oft, dass das irgendwie minderwertige Qualität war und die dann über die Jahre brüchig wurden, sich abblätterten. Das sah einfach nicht schön aus, das war auch gerade in den Nullerjahren, soweit ich weiß, gab es oftmals das Problem, dass sich Aufkleber nicht gut hielten. Aber hier scheint man hochwertige Aufkleber jedenfalls gehabt zu haben, bei diesem Set mit dabei. Von daher bin ich sehr froh, dass diese Aufkleber noch in einem so guten Zustand sind. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Dann hier an der Seite hat man noch so zwei Container, wo man alles Mögliche drin unterbringen kann. Auch sehr nützlich. Und hier hinten haben wir nochmal einen Aufkleber, den Aufkleber nochmal mit der Setnummer. Das hat Lego jedenfalls in der Vergangenheit oft gerne gemacht, dass sie einfach irgendwo nochmal die Setnummer mit draufgeklebt haben. Ob jetzt irgendwie als Nummernschild oder sowas. Das fand ich auch immer sehr nett. Aber dann hier kommen wir mal zum Führerhaus. Und da muss ich sagen, das ist wirklich, das ist schon von den Abmessungen sehr realitätsnah. Denn das ist eins der wenigen Sets, wo es Platz für zwei Figuren gibt. Und zwar nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Und da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist der entscheidende und sehr, sehr große Vorteil an solchen breiten Fahrzeugen. Ansonsten finde ich, sind acht Noppenbreite Fahrzeuge einfach vom Maßstab her zu groß. Aber das hier ist eben ihr entscheidender Vorteil. Und ich finde bei einem Set wie diesem Brückentransporter kann man auch schon mal so einen breiten Sattelschlepper dazu bauen. Also das geht völlig in Ordnung, gerade weil die Brücke selbst ja auch nicht gerade schmal ist. Und von daher, das trägt dann nur dazu bei, dass die ganzen Abmessungen und dass die Proportionen bei diesem Set hier stimmen. Und je nachdem, wie man, wie gesagt, die Außenspiegel da jetzt noch, ob man sie jetzt breiter oder näher am Fahrzeug dran hat, kann man das Fahrzeug natürlich noch mal erheblich breiter oder schmaler machen. Ich glaube auch von diesen Fahrzeugen oder generell Sets mit acht Noppenbreiten Fahrzeugen gab es bei Lego nur noch ein weiteres. Soweit ich weiß, bin ich jetzt nicht sicher, aber ein weiteres von dem ich kenne und zwar, die Nummer habe ich jetzt nicht, aber ich blende das Set ein und zwar aus dem Jahre 2010, dem Feuerrettungsboottransporter, irgendwie sowas. Also es war ein Feuerwehrauto und da hatte man ein Rettungsboot, ein Schlauchboot drauf und eben auch da war dieser Transporter acht Noppenbreit. Das Set habe ich auch noch, also das kann ich bei Interesse gerne auch noch mal zeigen. Das war wirklich eins meiner ersten großen Sets und ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gemacht. Also es hat einen sehr, sehr hohen Spielwert. Aber nun weiter mit diesem Set hier und zwar diesem Aufkleber auch wieder sehr schön, auch wieder in einem sehr, sehr guten Zustand. Genau wie die Aufkleber hier an der Seite mit der Aufschrift Long Vehicle. Also ich komme hier aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, aber diese Aufkleber sind wirklich in einem so formidablen Zustand. Damit hätte ich hier, wie gesagt, wirklich nicht gerechnet, auch hier unten auf dem Drehgestell noch einmal diese Warnstreifen in gelb und schwarz. Also wirklich ein richtiger Glücksgriff, den der Käufer da gemacht hat mit diesem Set, dass hier solche guten Aufkleber dabei waren. Aber jetzt wollen wir uns doch mal mit dem eigentlichen Highlight, mit dem eigentlichen Star dieses Sets beschäftigen, nämlich mit diesem Brückenteil selbst. Und eine Besonderheit, die mir da gerade aufgefallen ist, wir haben ja hier diese 8x16 Fliesen und ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, wie man die günstig bekommt. Allerdings nicht genau diese 8x16 Fliese, denn wie ihr sehen könnt, hat sie hier eine Art Aussparung in der Mitte, also ein Teil ohne Noppen. Und die Fliese, zu der ich das Video gemacht habe, wie man sie günstig bekommen hat, die ich auch gerade schon für den Vergleich wegen der Breite hatte, die hat eben Noppen auf der gesamten Unterseite. Da weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht genau, warum es diese andere Fliese hier noch gibt, wo nicht überall Noppen dabei sind. Vielleicht gab es die früher als die mit Noppen überall, denn hier bei dieser Fliese braucht man nicht Noppen oder Anti-Noppen, wie man ja sagt. Die braucht man nicht auf der gesamten Unterseite. Vielleicht gab es also diese Fliese zuerst und dann die andere 8x16 Fliese mit Noppen überall an der Unterseite, mit Anti-Noppen auf der gesamten Unterseite. Also das ist ein kleines Mysterium, was mir hier über den Weg gelaufen ist. Aber das nur am Rande. Ansonsten, wie gesagt, sind diese großen grauen Brückenteile hier einmalig. Also die gab es in dieser Farbe, in Light Bluish Grey, nur in diesem Set. Ich glaube in Orange gab es die nochmal in einem anderen City-Set. Aber wirklich in diesem Light Bluish Grey gab es diese vier Brückenteile nur in dem Set. Und ich habe mal bei Bricklink geguckt, da kostet eins dieser Brückenteile schon mehrere Euro. Also das ist fast günstiger, sich dieses Set zu kaufen, selbst wenn man nur die Brückenteile benötigt. Aber wollen wir jetzt mal die restlichen Teile hier von der Brücke entfernen, die da benötigt wurden, um die Brücke zu transportieren. Und kommen wir nun zu einer Sache, die mich überrascht hat. Denn ich dachte, wie gesagt, und das war mein größter Punkt, mein größter Kritikpunkt an diesem Set. Ich dachte, dass man ohne diese Brücke den Luster überhaupt nicht benutzen kann. Dass er so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und dass er also nur durch die Brücke verbunden wird. Aber als ich hier durch die Anleitung geblättert habe und auf einer der letzten Seiten hat man ja nochmal diese Übersicht. Mit den ganzen anderen Sets und dort oben rechts in der Ecke ist eben abgebildet, wie man mit diesem Brückentransporter den Bagger transportieren kann, der eben auch aus dieser Baustellenserie stammt. Den habe ich jetzt leider nicht da, also kann ich das nicht mit diesem Bagger zeigen. Aber man kann den Brückentransporter eben so umbauen, dass er kürzer ist und dass er eben auch ohne die Brücke funktioniert. Und genau das werde ich euch jetzt noch zeigen. Ich baue das Ganze also schnell um und dann schauen wir uns das an. Und so sieht der Brückentransporter dann aus, wenn er umgebaut wurde, wenn er die Brücke nicht mehr transportiert. Alle Teile, die für diesen Umbau benötigt werden, sind in dem Set dabei. Die muss man also nur ein bisschen umstecken, ein bisschen anders zusammenstecken. Und dann passt das schon. Ich habe jetzt hier, um das mal zu demonstrieren, ein Kettenfahrzeug aus der LEGO Adventurers Reihe genommen, aus dem Jahre 2000. Und wie ihr sehen könnt, das passt hier wirklich optimal drauf. Es fährt auch nicht herunter. Also man braucht da gar keine weiteren Steine, um das irgendwie dort zu befestigen. Also ich finde wirklich, das hier ist eine erhebliche Aufwertung für dieses Set. Man kann auch andere Fahrzeuge oder Gegenstände, Baumaschinen transportieren. Also das ist wirklich, das erweitert, sage ich mal, den Sinn und Zweck dieses Transporters nochmal erheblich. Dass er also nicht nur zum Transport der Brücke da ist, sondern eben auch noch zum Transport von anderen, anderen Fahrzeugen oder Gegenständen. Und das finde ich ist wirklich nochmal sehr gut, dass sie das gemacht haben. Nämlich, wenn man so wie ich die Brücke eigentlich in der Stadt verbauen möchte, dann hat man immer noch ein Fahrzeug. Das Fahrzeug passt natürlich zeitlich jetzt nicht so in meine Stadt, aber als Spielset und dafür war es ja ursprünglich konzipiert. Als Spielset ist das hier wirklich sehr, sehr hochwertig. Also hat einen sehr hohen Spielwert, wie ich finde. Wenn ihr das Set auch kaufen wollt, dann kauft es oder sucht nach bei Ebay Kleinanzeigen danach. Dort sind die Preise, wie ich finde, moderat. Das befindet sich meist so zwischen 30 und 40 Euro. Also das geht noch für dieses Set, kommt natürlich dann noch auf den Zustand an. Aber da sind die Preise noch in Ordnung und schießen nicht so in die Höhe. Das war es auch schon von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Set haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stadtupdate, wo wir was mit der Brücke anfangen. Also bis dann und tschüss. Also bis dann, wenn wir uns mit der Brücke anfangen, können wir uns mit der Brücke anfangen.